Es ist das vorweggenommene Finale. Bayern München empfängt am Mittwoch Borussia Dortmund in der Runde der letzten Acht des DFB-Pokals. In der Bundesliga haben die Münchner als designierter Meister 17 Punkte Vorsprung auf Schwarz-Gelb. Nun soll mit einem Sieg im Pokal gegen den Erzrivalen der Grundstein für die nächste Trophäe gelegt werden. Die Fans des Rekordmeisters zeigen sich zuversichtlich. Wir schlagen die Dortmunder. Wir sind die Nummer 1 hier in Deutschland. Wir müssen die Dortmunder schlagen, das ist die Pflicht einfach. Ich denke, Dortmund ist zwar die schwerste Mannschaft, der schwerste Gegner für Bayern, aber in der Form, wo sich Bayern gerade befindet, denke ich mal, können wir jeden schlagen. Der DFB-Pokal hat nicht den schnellen Wert von der Champions League, aber ich denke, ist schon enorm wichtig auch für das Selbstvertrauen, gerade gegen Dortmund, wo man jetzt ein paar Mal verloren hat. Seit sechs Bundesliga- und DFB-Pokalspielen sind die Dortmunder gegen den Rekordmeister und Pokalsieger nun ungeschlagen. Doch die Westfalen wissen, dass es am Mittwoch schwieriger denn je wird. Die Überlegenheit der Bayern ist seit Wochen beeindruckend und soll den BVB zu eigenen Höchstleistungen anspornen. Ich finde, es reicht, Bayern München als Gegner zu haben und zu wissen, dass man zu den wenigen Mannschaften auf diesem Planeten gehört, die sie schlagen können. Dass die Bayern eine überragende Saison spielen, das steht völlig außer Frage. Und trotzdem ist dieses Spiel nicht entschieden im Vorfeld. Zuversichtlich macht die Schwarz-Gelben, dass der in der Liga gesperrte Torjäger Robert Lewandowski eingesetzt werden kann. Der polnische Nationalstürmer fehlte beim enttäuschenden 1 zu 1 in Mönchengladbach an allen Ecken und Enden. Entsprechend formuliert Klopp die Marschroute ganz im Stile eines Titelverteidigers. Das ist für uns von der Qualität des Gegners her, aber natürlich auch von der Herangehensweise, ist es wie ein Champions-League-Auswärtsspiel. Das muss man klar sagen. Es gibt ja wenige Mannschaften in Europa, die möglicherweise besser sind als Bayern München. Aber es gibt schon ein paar, die auch nicht so schlecht sind. Und einige davon haben wir schon getroffen. Und die hatten auch schon mehr Spaß, als an dem Tag, an dem sie gegen uns spielen mussten. Spaß haben wird in jedem Fall ganz Fußball-Deutschland beim Gigantenduell. Die Bayern wollen das vorweggenommene Finale nicht zuletzt dazu nutzen, um die 2-5-Schmach aus dem Endspiel des Vorjahres vergessen zu machen und ihren Status als neue Nummer 1 zu unterstreichen.